Servus! Habt ihr auch immer so eine Sommer-Checkliste mit Aktivitäten, die ihr unbedingt im Sommer machen wollt? Ich habe da immer ganz viel draufstehen. Von Beachvolleyball bis Sternezählen, Flankyball, Grillabende, nackt im See schwimmen. Auf Letzteres kann ich aber auch verzichten. Ich möchte nicht, dass meine Freunde eifersüchtig werden. Und außerdem wäre im Dunkeln Schwimmen ungefähr so sicher, als würde man mit der Titanic reisen. Aber auch bei allen anderen Aktivitäten gibt es leider sowas richtig Bekacktes. Das verhindert, dass ich den Sommer voll auskosten kann. Die Rede ist von diesen Wespen, Bienen mit Tattoos, arbeitslos, aggressiv und asozial. Ach, da gibt es schon ein Video dazu. Okay, gut, dann nehmen wir doch die Allergie. Ohne Scheiß, wenn du zu den Gesegneten gehörst, die gegen nichts, also gegen absolut nichts allergisch sind, dann unterbreche jetzt das Video, geh nach draußen und errichte auf einem Grundstück mit ganz viel überwuchertem Gras einen Schrein als Zeichen der Dankbarkeit und opfere fünf mehr Jungfrauen. Mittlerweile dürfte doch so ziemlich jeder Allergien haben. Wenn das so weitergeht, kann man in 15 Jahren einfach eine Bank mit einer Tüte Erdnüsse und einem Liter Milch ausrauben. Also, falls ihr auch jeden Sommer mit juckenden Augen, laufenden Nasen oder Ausschlägen zu kämpfen habt, dann begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge Schwarzsehen über Allergien. Früher litt ich ja nur an Atemnot und Übelkeit, wenn ich Kinoplakate von Til Schweiger auf einer Litfaßsäule sah. Mittlerweile bin ich aber auch allergisch gegen sämtliche Gräser und Blüten, Ästen, Blätter, Mose, sagt man Mose, und was sonst noch so ab Februar so herumtreibt. Vor allem die Juni ist einfach atemberaubend. Aber ich möchte jetzt auch nicht so herumjammern, denn die verschwollene Nase und die rotgängerten Augen sind die perfekte Kamouflage nach durchzechten Nächten. Aber meine Augen jucken dann immer ganz heftig und man soll ja dann nicht mit den Händen sich die Augen weiterhin reiben, weil es das Ganze noch schlimmer macht. Aber dann bin ich wie der kleine Erwin, der trotz des Bitte-nicht-Füttern-Schildes im Zoo mit seinen Händen durch das Gitter des Löwengehege greift und sich dann wundert, dass er zukünftig beim Zählen nun nicht mehr seine Finger zur Hilfe nehmen kann. Dank der geschwollenen, blutunterlaufenden Augen kann man mich zumindest im Dunkeln gut erkennen. Und sie brachte mir schon vom Entwickler von Resident Evil eine Anfrage ein, einen Gegner zu mimeln. Und dadurch, dass ich auch so eine schöne Kellerbräune habe und wirklich so blass bin, dass ich in der Sonne auch anfange zu glitzern, schaue ich beim Chillen an der Donau sowieso immer halbtot aus. Aber was soll man denn auch anderes machen? Während die gesegneten Nullallergiker im Sommer ohne Sorgen das Wetter genießen können und wie ein Delfin von Badesee zu Badesee hüpfen können, bleibt uns Allergikern doch nur das Einbunkern. Fenster müssen drinnen geschlossen sein, wagt es ja nicht, diese zu kippen, bloß nicht die Tür für die Zeugen Jehovas öffnen, ja nicht die Briefe aus dem Briefkasten holen, am besten zieht man gleich in eines der Luftschutzbunker aus der Erde des Zweiten Weltkrieges, um eine Purge der Allergene zu verhindern. Wenn ich mal reich bin, werde ich mich dafür einsetzen, dieses Leiden zu beenden und mir sämtliche Felder und Wiesen kauf, um daraus Parkplätze zu machen. Denn ganz ehrlich, Augentropfen und Nasensprays helfen vielleicht für eine kurze Zeit, aber Beton merkt es Allergene komplett aus. Spaß beiseite, das klingt ein bisschen zu sehr nach Christian Lindner-Schwarz. Und verkriechen im Sommer, das will ich auch einfach nicht, dafür liebe ich Mädels im Bikini, äh, den Sommer einfach viel zu sehr. Und so laufe ich halt durch die Gegend mit Nebenhöhlen, so gefüllt wie ein Dürum, einem Gesicht wie ein handelsüblicher Klitschgegner nach Runde 3, einem Niesen, dass einem selbst die Piercings rausfliegen und Tränen in den Augen, als wären wir bei Germany's Next Topmodel. Apropos Topmodel, was ist sonst noch so in Mode in der Welt der Allergien? Ja, dieses Jahr traditionell eher Hautausschläge. Die roten Flecken im Gesicht sind da nicht mehr ganz so gefragt, allerdings hat man dafür den Klassiker Neurodermitis wiederentdeckt, der durch seinem freshen Schuppendesign dieses Jahr auf der Haut eine völlig neue Renaissance erfährt. Eczeme werden offen getragen und je mehr du zeigen kannst, desto besser. Na, da kommt doch Freude auf. Allergien, ich hasse euch. So, und jetzt beruhige ich mich erstmal und streichle eine Katze, aber irgendwie bestreicht mich das dumpfe Gefühl, dass ich auch dagegen allergisch bin. Wie auch auf so manche Kommentare. Erster Schreibe, ihr seid gemeint. Kommen wir zur Community-Ecke. Und da hat uns der gute Dumptendo neulich besucht. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ansonsten erntete ich im letzten Video leider auch einen absoluten Shitstorm, zu dem ich jetzt Stellung beziehen möchte. Das letzte Video namens Flashback ging über sieben Minuten und in einer Sekunde leistete ich mir einen folgenschweren Fehler. Als hätte ich Relaxo mit einem Meisterball gefangen. Ich habe statt Pokémon, Pokémons gesagt. Ich konnte mir nicht ausmalen, welche Folgen das hatte. Ich hasse dich, du hast Pokémons gesagt. Das regt mich übelst auf. Nein, hatte einfach 150 Pokémons gesagt. Ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber das, das triggert mich jetzt. 030, Pokémons. Ich hätte mehr von dir erwartet. Pokémons. Bruder, willst du mich triggern? Pokémon, nicht Pokémons. Es heißt das Pokémon, die Pokémon. Sorry, aber das nervt. Pokémons? Mr. Duden kam dann persönlich vorbei und gab mir daraufhin eine Backpfeifen und ließ mich sämtliche Pokémon-Namen auswendig lernen. Ich möchte mich bei allen Fans der Pokémon, ach, jetzt hätte ich beinahe wieder das S angehängt, mich persönlich und aufrichtig entschuldigen. Ich war zu viel an der Sonne und die Zeugen Jehovas haben mich abgelenkt und dieses S kommt daher, weil ich so stottere und meine SD-Karte wurde geklaut mit der original fehlerfreien Aufnahme und dann die Zeit in Madeira, wo ich beschimpft wurde und ja, das Ganze war einfach ein Schuss in den Ofen. In diesem Sinne, verzeiht mir. Broadcast yourself, broadcast together. Euer ungeschminkter Black Screen